Hey Leute, was geht ab? Euer Pex und heute ist es am Start und willkommen hier zum Mappen-Update der Topps Magitex Extra Serie 2012 2013. Hier vorne habe ich noch das Sammlermagazin reingesteckt, aber das muss ich denke ich mal jetzt nicht zeigen, nur als kleine Nebeninfo. Und dann geht es hier schon los, wie man es kennt, die Magitex Extra Serien hier immer mit drei Spielern aus einem Verein. Hier geht es weiter, also man fängt hier an mit Augsburg natürlich, dann Bremen und so weiter. Hier haben wir als neuer Transfer Dong Wong-Gi, Pavlovich von Werder Bremen, von denen hat man auch nicht viel früher gehört, muss ich sagen. BVB mit Julian Schieber, Nuri Jahin als neuer Transfer, aber alle nenne ich jetzt definitiv nicht. Düsseldorf, Frankfurt, Freiburg, dann noch Greuter, Fürth, Hamburger Sportverein mit Raphael van der Vaart. Oder hier Johann Giroud, der jetzt auch beim Hamburger Sportverein spielt, aber früher noch bei Hannover 96. Dann hoffen wir im Leverkusen Mainz, Gladbach, Bayern mit Daniel van Beuten, den kleinen Pacer, der Innenverteidigung. Nürnberg, und dann geht es hier auch schon gleich los mit den Kapitänen, beziehungsweise mit den Kapitänskarten. Hier haben wir aber Schalke 04 mit Raphael, der jetzt ne erfolgreiche Zaison mit Gladbach abgeschlossen hat. Auch ein richtig guter Mann, muss ich sagen. Oh, Ibrahim Affelei, und keiner weiß, wo er jetzt spielt. Und, muss ich sagen, VfB Stuttgart und natürlich noch VfL Wolfsburg mit Diego und Ivan Perisic, neuer Transfer. Und die Kapitänskarten könnt ihr hier sehen, Kehl beim BVB, Heiko Westermann bei Hamburg, da lache ich ein bisschen. Philipp Lahm natürlich beim FC Bayern München, Höwedes bei Schalke und so weiter. Dann gibt es hier noch Fan-Favorites oder Fan-Favoriten, Fan-Favoriten van der Vaart, Leute. Oh, mein Gott. Marco Reus, BVB. Oder hier Marc-André Ter Stegen, der jetzt beim FC Barcelona spielt, mit hier unglaublichen Wert von 95. Also früher war er auch schon gut. Sonst hätte ihn Tops nicht ne 95er-Bewertung gegeben. Klaasian Hünteler, Vedat Ibizic, Diego und so weiter. Dann gibt es natürlich noch ein paar Matchwinner, aber da fehlen mir eine Weiche. Und ich hoffe, dass ihr ein paar habt, dass ihr mir die tauschen könnt oder so. Nämlich, mir fehlt hier der Matchwinner nach Joselu und der Matchwinner vor De Jong. Sonst habe ich hier alle sogar. Die habe ich mir früher auf Ebay gekauft. Original-Unterschriften von Patrick Helmes. Einfach richtig genial, muss ich sagen. Feiere ich richtig sowas. Max Kruse bei Freiburg noch und so weiter. Jalai, Hedrik Held, Ibizic und Thomas Müller als Club 100, Leute. Ich liebe diese Karte. Ihr wisst ja, Müller ist mein Lieblingsfußballer. Und diese Karte ist einfach pervers geil, muss ich sagen. Muss ich einfach mal hier raushauen. Dann gibt es hier noch Legendenkarten, was ich bei dieser Serie auch richtig gefeiert habe, muss ich sagen. Hier fehlen mir aber leider ein paar. Und ich hoffe, dass ihr ein paar von den Legenden habt. Und schreibt mir einfach eine E-Mail an pexunited.gmx.de. Ich tausche gegen aktuelle Matchtags oder Rebel Attacks oder keine Ahnung, was ihr wollt. Welche Legende kann man hier so nennen? Hier Michael Zorc oder Uwe Seeler natürlich, Horst Rubisch und so weiter. Lothar Matthäus, ganz klar. Lukas Podolz, glaube ich, der jetzt eine Legende ist, weiß ich nicht. Bern Schneider, definitiv eine Legende. Günter Netzer, Berti Vogts, Jupp Heinke ist also richtig geile Karten. Stefan Effenberg, Gerd Müller, Uli Hoeneß. Uli, 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 Uli. Geile Karten, definitiv. Dann gibt es hier noch ein paar Legendenkarten. Und Franz Beckenbauer, 101, 101 als wertvollster Spieler. Legende. Und diese, upsala, jetzt fällt mir die Karte runter. Nein, 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 nein. Nein, da ist sie, hat keinen Schaden genommen, definitiv nicht. Sie ist ja auf den Töppisch geflogen, nicht Alf. Auf jeden Fall habe ich diese Karte hier doppelt. Aber die tausche ich auch nicht, die möchte ich gerne doppelt behalten. Und diese vier Karten habe ich doppelt. Also, wenn ihr ein paar Legendenkarten habt und die ihr tauschen wollt, könnt ihr hier diese vier Karten haben, sage ich mal. Zorn noch als Matchwinner dabei. Und das war es hier mit dem Mappen-Update der Magitex Extra 2012-2013 Serie. Da habe ich zwei E-Mails bekommen von zwei Abonnenten, die mich halt schauen. Und die wollten halt, dass ich diese Mappe mal zeige. Und da habe ich gedacht, mache ich hier ein kleines Mappen-Update. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Haut da rein, euer Pex und Leute, das ist raus. Tschüssikowski und ciao.